Moin, ich wollte mich auch mal wieder melden, das wäre jetzt auch wieder zwei Monate her. Das hat auch einen gewissen Grund. Ich hatte nämlich letztens mal wieder Bock auf Kuchencraft. Ich meine, manche von euch kennen es vielleicht noch, meinen Server, wo es mal eine 1.0, 2.0, 3.0 gab. Ja, ich habe mir dann damals nochmal so das alte City-Bild angeschaut. Die meisten kennen es ja vielleicht noch, das aus der 1.8, wo wir damals den 24-Stunden-Stream gemacht haben. Und irgendwie hatte ich Lust, das Ganze nochmal in einem Stream zu spielen. Nur nicht in der 1.8, sondern ganz gerne in der 1.21. Das habe ich dann auch erstmal so rübergezogen, bis mir dann aufgefallen ist, dass es ein bisschen mehr Aufwand ist, als ich es damals dachte. Und daraus ist dann vielleicht ein bisschen zu viel entstanden. Also es ist vielleicht mehr als nur ein Wochenende reingeflossen, sondern ein paar mehr. Und deshalb kündige ich heute den neuen Kuchencraft-Release an. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich habe wieder Bock drauf. Ich meine, vielleicht wird es nur ein lustiges Wochenende. Vielleicht wird es auch viel Spaß. Wir werden es sehen. Ich habe dafür jetzt erstmal den 11.10. so gegen 19 Uhr vorgesehen. Ich hoffe, ihr könnt da. Ich habe da Ferien, was für mich natürlich relativ praktisch ist, weil ich dann Bugs fixen kann. Also Features. Features, meine Kinder. Aber ja, ich will nochmal einen kleinen Abstecher machen. Und zwar, wie es dazu kam. Ich habe ja damals, zu der Zeit, wo ich noch YouTube aktiv betrieben habe, schon an ein paar MMOs, also Massive Multiplayer Online Games, gearbeitet. Hatte damals auch, glaube ich, sogar die Zwischenversion von einem Modus gezeigt, den ich online bringen wollte. Der ist aber dann nie online gekommen. Einfach, weil ich YouTube gequittet bin und auch einfach nicht mehr die Zeit hatte. Weshalb hier anderthalb Jahre keine Videos kamen. Und ja, der Modus ist dann so ein bisschen eingerostet. Ich hatte hier und da nochmal einen 1.21 Rework gemacht. Mir ist aber aufgefallen, das war einfach zu groß. Ich habe mir zu viel vorgenommen. Mal wieder. Aber naja, diesmal habe ich vielleicht nicht gelernt, aber vielleicht auch ein bisschen. Und zuerst ist dann Murder entstanden. Da waren ja einige von euch auch in den Streams auf Twitch dabei. Es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Aber ein Minigames-Netzwerk war für mich nicht so die Erfüllung. Ich habe dann zwischenzeitlich auch noch mein eigenes Cloud-System gemacht. Wer nicht weiß, was es ist, das ist einfach ein System, um Minecraft-Server zu managen. Ob das jetzt bei Kuchencraft zur Anwendung kommt, weiß ich noch nicht. Es könnte uns ein paar ganz coole Möglichkeiten bieten. Wir werden es sehen. Und weil ich eben mit diesem MMO nie weitergemacht habe und ich mit Murder zwar zufrieden war, ich aber keinen Minigames-Server aufmachen wollte, ist dann vor ein paar Monaten City Build entstanden. Ich habe einfach mal wieder reingeguckt. Es hat Spaß gemacht und da sind wir jetzt heute. Ja, ich will für alle auch damals aktiven Spieler und vielleicht auch für alle neuen Spieler von Kuchencraft mal zusammenfassen, was denn jetzt neu ist. Und was geblieben ist. Wichtig ist auf jeden Fall erstmal, dass alle alten Systeme in die 1.21 gebracht wurden. Das heißt kein 1.8 PvP mehr, sondern 1.21 PvP. Obwohl PvP hierbei ein bisschen relativ ist. Gerade gibt es sehr viel PvE. Wie ich PvP umsetze, will ich dann eher mit euch abklären. Denn es ist ein schwieriges Thema. Ich weiß aber, dass sich das viele wünschen. Mal sehen. Große Änderungen gab es bei der alten Mob-Zone. Vor allem die Monster wurden von Grund auf überarbeitet, sowie auch die Drops. Denn ich meine, damals gab es drei oder vier Monster. Die Monster-Drops haben nicht so wirklich was gebracht und so wirklich viel bespielt wurde, dass ja damals auch nicht mehr das ja schon zum Ende von Kuchencraft war. Grüße gerne raus an Paul. Ja, ansonsten. Die Custom-In-Chance sind grob wie damals. Die Cases wurden übernommen. Und für alle kleinen Griner unter euch. Die mythischen Cases gibt es jetzt häufiger. Ich meine, die hatten damals ja Chancen von 1 zu 45.000. Ich glaube, jetzt sind sie bei grob 1 zu 5.000. Also die Chancen wurden einfach realistischer gemacht. Und vor allem die Items wurden ins neue System rübergebracht. Denn es ist jetzt ein bisschen variabler, was man mit den Items alles machen kann. In der Farmwelt gab es auch ein paar kleine Änderungen. Zum einen gibt es ein kleines Mining-System. Nichts Großes, aber es macht Mining doch nochmal ein bisschen lustiger und vor allem lukrativer. Es gibt jetzt auch Masteries für alle relevanten Gebiete im Spiel. Das heißt für die Mob-Zone und auch für die Farmwelt. Und wie das dann spezifisch aussieht, werdet ihr wahrscheinlich kurz vor Release noch sehen. Ich bin auch am überlegen, ob ich vielleicht zu einem Alpha-Test oder zu einem gegebenen Zeitpunkt nochmal einen kleinen Stream mache, wo ich euch das so ein bisschen zeige oder bespreche. Aber das entscheide ich dann ganz spontan. Es gab auch eine kleine Diskussion über die Plotwelt, die ich unter anderem mit Tim guckt hatte. Denn einige von euch kennen ja vielleicht noch Freebuild von vor grob 5 Jahren, vielleicht auch 4. Und bei Freebuild hat man ja eine normale Welt, in der man sich Chance claimen kann. Schlussendlich ist die Idee und auch die Idee, dass man jedem Spieler eigene Welten gibt, erstmal weggefallen. Denn der Nachteil ist bei Freebuild, dass mir die Flexibilität fehlt, die ich zum Beispiel durch Systeme wie Plot Squared habe. Teile der Welt zu verschieben, wenn man Minecraft-Chance hat, sieht hässlich aus und ist schwer umsetzbar. Gegen eigene Welten hat vor allem gesprochen, dass ich die Spieler zusammen haben möchte. Man kann sich mit seinen Freunden nebeneinander Plots claimen und diese bebauen. Ob wir davon vielleicht irgendwann nochmal abweichen, steht in den Sternen. Ich bin natürlich für Vorschläge von der Community immer offen. Dann eine große Änderung, die ja in dem Kuchencraft 1.3 Update damals kam, und zwar die Pads. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Pads einfach rauszunehmen. Ich halte es nicht mehr für sinnvoll, das drin zu lassen. Es hat zwar einen lustigen Grind-Aspekt mit reingebracht, sie waren aber im eigentlichen System nie so richtig implementiert. Und auch dieses geklaute Flug-Animations-Ding von Hypixel, damit war ich nicht mehr zufrieden. Als kleinen Ersatz dafür wurde jetzt ein Equipment-System hinzugefügt. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie bei den üblichen MMOs. Also man hat seine Rüstung und dazu eben noch Ausrüstungsgegenstände in einem ganz netten Menü. Und vielleicht auch im Gegensatz zu damals ist Custom Crafting jetzt ein essentieller Bestandteil, da mir das einfach viel mehr Möglichkeiten geboten hat, wie man an Items rankommen kann. Und das ist es erstmal soweit. Natürlich gibt es auch noch Spawner. Und der Spawn, wie man vielleicht jetzt auch schon in den Replays gesehen hat, ist der letzte Schnitzel-Craft-Spawn, den ich noch von Electronic bekommen hatte. Dementsprechend vielleicht auch mal wieder ein bisschen Nostalgie dabei, ein bisschen Kuchen-Craft und auch neue Bestandteile. Ich würde mich freuen, wenn ihr am 11.10. im Stream dabei seid. Wer Herbstferien hat, hat natürlich auch ein bisschen Zeit zu grinden. Ich werde definitiv mitspielen. Und durch die Spielertests ist es jetzt vielleicht auch mal ein wenig Feature-freier, wenn man das so sagen kann. Ich will nichts versprechen. Ihr kennt mich. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Ciao.